So, wir spielen auf der Net Present Team Deathmatch. Diesmal geht es um die AWM-Camo, und zwar, was leider sehr bedauerlich ist, und zwar, leider kann man sie nicht mehr kaufen, denn, ähm, oder eben halt bekommen, denn die gab es früher für Kompons, ähm, für achte Kompons, wenn man sie gewöhnt, so wie die D1-D2-D2, das leider auch nicht mehr. Und, ähm, ja, was ich auf jeden Fall zu dir sagen kann, das ist für mich die beste Sniper, die es gibt, denn sie lädt richtig schnell nach. Oh, oh, was ist jetzt los? Scheiße, der ist leck. Ähm, denn sie lädt schneller nach, als ihre Vorgänger und Nachgehen, also andere Versionen auch noch, denn das ist wirklich, ich glaube, man, die schnellste Art irgendwie nachgeht. Oh, denn sie lädt in 2,3 Sekunden nach. Das ist fast schneller als eine MP Custom-Camo. Und, ja, aber nur um eine Millie Sekunde. Also mich wirklich bedauerlich. Zudem, die normale AWM, die lädt in 2,8 Sekunden nach, also ist schon ein geballtiger Unterschied, wenn man sich das so anschaut. Ähm, und, ja. In 12,9 Sekunden habt ihr das Magazin leer geschossen, sie hat 10 zu 30 Munitionen, also ein Magazin, jeweils 10 Bullets. Habt ihr in, wie gesagt, 12,9 Sekunden leer. Ist eine hammer lange Zahl, also das ist wirklich viel. Aber, oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Scheiße. Okay, ähm, mit Linksklick schießt ihr, wie ganz gewohnt. Ähm, no scope, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie genau ist, jedoch kann man dann mit sehr hervorragenden Quickscopen mit Rechtsklick. Ähm, kann man dann ranzoomen, einzoomen und dann doppelter Zoom. Dann könnt ihr auch mit doppelten Zoom aus der Base rauslaufen und dann schön hardscopen. Da klappt ein Band 3. Nein, das war jetzt ein kleiner Joke, aber... Oh, der ist ja. Geil. Ähm, vom Gewicht her ist ein Sniper, also ist sie sehr, sehr schwer, würde ich sagen. Ja, nicht sehr, sehr schwer, aber sie ist schon schwer. Schitte. Und, ja, also, vom Aussehen, ihr seht schon, es ist einfach nur eine Herkunft, nämlich ABM. Und... Ha! Und, ähm, hat ein Fleckkantenmuster, ähm... Ich frag mich, warum da an der Seite ein Peace-Zeichen gerade ist, das ist mir gerade aufgefallen. Rechts unten seht ihr es, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wirklich seht. Es wirkte rechts unten hinter dieser Ammo-Anzeige. Den sieht man nur, wenn ich nachlade. Und, ja, von der Ranger ist eine Sniper. Auf den Kopf macht sie 100 Damage, auf den Körper genauso und auf die Füße macht sie an 77 bis 81 Damage. No-Scope ist jetzt nicht wirklich so gut, denn, ähm, es könnte wirklich besser gehen. Aber, na schön, man kann wirklich hervorragend damit fixen, ist ja auch klar. Ähm, man kann sie super schnell rausholen, dann kann man auch nicht super schnell schießen, also das ist immer mehr. Ja, ich kann das jetzt nicht demonstrieren, damit fix zu scopen, fix zu scopen. Ja, ich kann so nicht wirklich, also. But, hier war doch her. Hier war doch her. No-Scope. Roll Double Kill mit 1-Scope. Dominating. Okay, ähm, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr Fähne mich abonnieren würdet. Und schaut einfach mal bei meinen Partnerkanälen vorbei. Und, das war's für mich. Dankeschön.